So Leute, heute gibt es zum ersten Mal ein Unboxing von mir und zwar ich habe Post bekommen von JB und dann würde ich sagen, machen wir mal auf und gucken was drin ist. So Leute, wie ihr seht, habe ich schon aufgemacht und jetzt würde ich sagen, wir gucken was drin ist und ja... Einmal hier ein Grüßzettel, viel Spaß damit, liebe Grüße, JB, vielen Dank und einmal hier mein neues Messer würde ich sagen, Light My Fire. Ah, da freue ich mich schon auszuprobieren. So und wie ich sehe, habe ich hier mehr Sachen bekommen, wie erwartet. Einmal zwei Packungen Pulverkaffee, zwei in eins. Eine cremige, feine Trinkschokolade von Nestle. Werde ich auch ausprobieren, kenne ich noch nicht. Und... Aha, super. Einmal hier Studentenfutter. Sehr, sehr gut für eine Tour. Und... Ja, das war's. So, viele Grüße an JB. Wer ihn noch nicht kennt, werde ich unten in der Beschreibung verlinken. Ich wünsche noch viel Erfolg, mach weiter so. Liebe Grüße, Bushcroft Hessen. Ich wünsche euch noch ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.